Lecker, 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 China, man! Lecker, 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 lecker! Don-dol-dol-dol-la-bü, joo! Du bist nicht, dass du Chinesisch kannst, ey. Darüber noch kurz, warte. Chiaolongbao! Was ist das? Chiaolongbao! Ja, das heißt Knödel. YG 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 Ja, das klingt sogar für realistisch. YG 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 Schickern denn da! YG Ja, YG, YG, Tickner! YG, YG, YG Was heißt YG? YG heißt, äh, ich liebe Hütchen. YG 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 gegessen. Deshalb sieht man auch keine... Deshalb war er auch so wild. Du bist doof. Ja. Du bist viel doofer. Du bist am dürfsten. Alter, aber alle an einer Stelle, was haben die denn da gemacht? Ich glaube, da hat ein Squad das andere Squad als Geise genommen, die mussten sich da hinknien und dann wurden sie exekutiert. Ja, so wie bei mexikanischen Drogenkaterien. Ja, genau. Und dann ist der Streit eskaliert und der letzte Überlebende hat alle gegessen. Deshalb gab es auch keine Leichen. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr so ein Bingo-Spiel machen. Wo ich so... Aber warte, warte, warte. Wie ist das denn jetzt? Wie sind wir denn vom mexikanischen Drogenmilieu zum Bingo-Spielen gekommen? Mekanischen Drogen-Bingo. Wo ich dann so drauf schreibe, so... rassistischer Witz, dann hank ich den so ab, weil es mir nirgends noch gar nicht mehr ist. Ja, so ein Bullshit-Bingo-mäßig. Team-Besprechung, was ist der Plan? Okay. Wir haben ein bisschen gebräunt. Was ist der Plan? Wir machen so lange Team-Besprechung, bis Bilder hinten das Dorf gesichert hat und dann looten wir. Okay. Bis er stirbt, dann looten wir ihn. Ja, dann, wenn er stirbt, dabei wird er auch gelootet. Ja, klar. Richtig. Okay. Ich mag auch am meisten B überhaupt nicht. Aber sagt ihm das nicht. Lass die beiden vor. Ja, okay, wollen wir uns den Kugelhagel anschauen, weinsam? Ja, komm, wir gehen irgendwo hin und gucken von da oben auf den Berg. Danke. Wir machen die Bauer. Wir werden gemeinsam drauf gehen. Plan B ist wieder, das Tigerkommando reinzuschicken. Warte, wir sind drei stückig aus. Ey, der Airdrop kommt. Scheiße, der Airdrop kommt. Ich, warte. Hier. Airdrop. Ja, es hat geklappt, Jungs, kommt. Was? Lol. Das ist bestimmt ein Bug. Ich habe noch einen geworfen, vielleicht nicht schon mal einen. Hat er hier geklappt. What the fuck? Die kommt hier genau runter. Kann man davon getötet werden eigentlich? Ne. Finden wir es ja raus. Finden wir es. Ne, geht echt nicht. Also du wirst dann gerade weggepackt. Ich fange dich. Ich fange dich. Ja, das ist mal ausprobiert. Airdrop. Ich fange dich als erstes. Ich fange ihn. Guck mal, ich spring schon mal einen Ludi in deine Luft. Au, au. Oh, ein Care Package. Wow. M249 und Geely. So werden sie in den roten Rauch nicht sehen. Au, ich bin drin. Ich bin drin gefangen. Hilfe. Oh Gott. Gott sei Dank. Wie creepy ist das denn? Du kannst ja hier von der einen Toilette in die andere gucken. Mhm. Wenn du gegenüber hingehst, Bill. Ja, du musst mal hier aufs andere Klo gehen. Ins andere Haus. Oder geh hier ins Klo. Ist ja egal. Geh mal hier rein. Da hinten. Links. Achso. Okay, ja. Warte. Warte mal. Das ist natürlich geil gebaut. Und so, ne? Ach, geil. Hose ist aus, ey. Uki ist aus. Hermann. Ach, geil. Was denn? Ja, Hermann. Lauf. Nein. Nein. Oh, scheiße. Ich ist durch. Lauf weg da. Ich kann nicht. Jetzt. Du hast das Klo gesprengt, Junge. Warum hast du das getan? Ich wollte nicht mal durchwerfen. Ich wollte die. Ich hatte meine Hose nach unten. Bist du wahnsinnig? Ja, ja. Bei mir hat es ein Spiegel ausgehebel. Guck dir das an. Mein Spiegel ist voll im Arsch. Du Assi. Ja. Dann zieh dir mal eins mit der Bratpfanne über für solche Spiegelchen. Dann sind wir über die Hälfte meiner Leben aufgeschlagen. Also, ich habe ja sonst nichts gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich spiele eine Runde, leck mich in das Türe. In Dost. Leck mich in das Türe. Ich spiele doch mal eine Runde Deutsch. Auch nicht schlecht. Portugais? Äh, oui. Ja, das soll ich auch. Ja, man packt die immer wieder aus. Hä? Ja, okay, warte. So, ausgepackt. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Schönen, schönen, schönen. Äh, genau neben uns. Norden. Genau da. Vor uns. Ich sehe es. Ich habe die AK-A jetzt nicht. Der läuft mit der Mariette rum. Ja, dann aufstehen und schießen, oder? Ja. Dann legt er sich jetzt. Wie sehe ich den noch nicht? Oh, ist das ein Pfeil? Ist gut. Ach, geklappt. Ja, man. Aus dem Fenster. Charge. Oh, hat nicht geklappt. Jetzt aber. Nope. Oh, ich hänge fest. Come on. Nope. Hä? Ist das so eine Pfanne? Nope. Nope. Hallo, kann ich noch klappen endlich? Nope. Nope. Hallo. Ah, first try. Ich habe den einen reingehauen. Der läuft weg von mir. Ich muss mir mal helfen hier. Ah, ich habe den ausgenommen. Ah, da ist noch ein Schütze. Aber da hat auch jemand auf uns geschlagen. Oh. Oh! Wieso kann ich hier getroffen werden? Ich kann dich nicht reviven! Irgendwo in Land muss noch einer sein! Kann ich reviven? Was denn jetzt? Warte! Special Tactics! Siehst du, deswegen kann ich dich nicht reviven! Bill, komm, rett uns! Er trifft mich nicht! Du bist zu schnell für ihn! Ja, ich weiche auch aus! Wie gleich tauschst du denn? Lebe ihn wieder im Rauch! Den anderen! Ich werd angetroffen! Nein! Mann! Ich hab nichts gefasst mit! Wollen wir mal nur da drauf kommen? Da kommt ein Auto angefahren! Das Ding ist, wir sind halt... Wir sind halt wieder... Er kommt direkt hin! Wow! Er ist über mich rüber geflogen! Er wollte mich überfahren und er ist über mich rüber geflogen! Woher geht das denn? Ja! Du bist nach Hause! Ja! Ich bin dann! Mir ist das gleiche! Tiger, nice. Ups. Ey, wieso geht das nicht? Ah, jetzt, here we go. Oh, Tiger, du bist noch warm. Oh, Tiger, hey, hey! Ich dachte du wärst tot, ups. Miau, 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 miau. Miau, 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 völlig verstört. Miau, 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 miau. Oh, warte. Was passiert? Jetzt wieder das Huhn. Jetzt bräuchte man so Running of the 90s. Äh, diese Musik. Weiß ich, welche Musik das ist. Running in the 90s, gib das mal ein. Nein. Mach mal. Es lohnt sich. Nein. Joa. Danke. So, sowas cooles schon. Nice. Was ist denn los hier? Ich glaub wir haben Vogelgrippe. Das Huhn hier sieht nicht mehr ganz normal aus. Brauchen wir hier eine Uzi? Nehmen wir mal die Schrotflinte aus dem Schuppen. Wir müssen es hinrichten. Wir müssen es hinrichten. Nein. Warte, hier liegt die Uzi jetzt. Ja, kommt was, oder? Ja. 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 Ich nehm mal mit. Ich nehm mal die mit. Sag es ein, Boys. Wollt ihr mal einsteigen? Wir spielen das freche Spiel. Wir spielen das freche Spiel. Wird aber nicht aufhören. Ich auch nicht. Na dann. Was wir tun müssen wir da fahren jetzt. Das ist taktisches Vorwürgen, ja? Das ist Special. Ich hab einen großen Schwung, ja. Wow. Boah, jetzt haben wir auch einen krockleren Schwung. Ja. Das ist die Frog Unit. Oh, warte, warte, warte. Achtung. Boah, du bist ja voll auf den Fuß getreten, ey. Hier fährt ein Boot und alles lang. Wo fährt das hin? Action. Da hinten lang. Wollt ihr im Haus hier hinten schon hin? Ja, pass auf. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Ja. Vielleicht nicht mehr. Schön. Wir nehmen dir jetzt sicher, Alter. 9mm Musik? Nein, ich kann nicht mehr. Nein, ich kann nicht mehr. Nein, 9mm Musik gleich schon. Munition meinst du? Ja. Nee. Ich seh ihn. Der steht da an der Tür. Da oben? Ja, ich werfe eine Granate hin. Warte, ich werfe auch eine hin. Wo steht der? Wer hat denn alles ne Waffe? Ich hab mir Shotgun. Okay, Tiger geht zuerst und der Rest, dann Bill. Warte, warte. Dann ich und dann René. Ah, der ist da oben. Der ist oben rechts. Der ist hier oben rechts. Der ist hier oben rechts. Der kommt oben die Tür. Bill, oben die Tür. Der ist aufgegangen. Granate. Ich bin getroffen. Der Fall steckt in seinem Bein. Warum stirbt er nicht? Der kommt hinten raus, glaube ich. Nein, er haut da im Dings. Ich hoffe, ich bin hier oben. Ich hab einen ausgenockt. Lass mich weg. Einer ist noch hinten. Einer ist noch hinten in dem Raum. Der Typ ist hier bei mir. Kommt hoch. Die sind zwei Stück. Die sind zwei Stück hoch. Granate. Hier ist noch einer. Ich brauch Hilfe. Ich muss noch laden. Der eine ist ausgenockt. Zwei sind ausgenockt. Ich seh ihn nicht. Wo ist er? Hier. Alle tot. Easy. Ich bin Tim. Stritz, alter hier. Ich hab einen mit der Crossbow. Was das ganze 20 mal viel schwieriger gemacht ist, als wenn man den nur ins Ohr schreibt. Ja, aber ich war ja auch voll der fucking Ninja gerade. Hier ist noch ein Helmer wie in einer. Ich hab selber noch einen Eimer auf dem Kopf. Ich brauch ein Schießgewehr. Ein Schießgewehr. Was machen sie hier? Oh Gott. Ich hab mich erschrocken. Ich kriege mich. Okay, wir haben die Etage wenig gecheckt, ne? Ich geh jetzt mal gucken. Hier überall. Wir haben Steps gehört und haben aber dann keinen Spruch. Oh! Rumm! Hermann! Jetzt sind wir quitt. Jetzt hab ich mich von dir erschrocken. Ich hab mich fast getötet. Ich hab ja auch ne Glocke. Ja, ich... Habt ihr hier links geklärt? Oh, wer sitzt jetzt hier im Klo? Ich hätte dich grad fast noch mal erschossen, Alter. Es kann nicht sein. Ich... Ich muss natürlich grad noch mal ins Kämmerchen, ey. Ich hab wieder so viel getrunken. Die Ente muss mal wieder Wasser lassen, ah. Leute, wenn der Hermann wieder was macht, ja? Was? Was? Die anderen beiden in Discord. Die haben Schussfreigabe. Ja? So viel sollte nur mal gesagt sein. So, bis gleich. Ich weiß nicht, was von mir macht die. Was? 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 けど... Was? Ich schläge mich an. Ich habe nichts gesehen. Okay, cool. Da läuft er dann ganz schnell. Ja, ja. Das habe ich genau gesehen. Ich habe was? Nein, ich habe Teddy. Der weiß nicht, von wo es kam. Ja, aber ich muss mich jetzt heilen, wenn ich es überhaupt noch schaffe. Ich bin dann. Wurde beschossen. Bye, bye. GG. Everything changes. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.